hallo heute wollen wir euch mal zeigen wie man bei der playstation 4 pro die festplatte wechselt wir haben uns dazu für eine ssd festplatte entschieden für schnellere ladezeiten unsere wahl fiel diesmal auf die firma crucial die bietet uns eine ssd festplatte in der größenordnung von 1 terabyte zu einem preis von etwa 250 euro und gehört somit zu den preis attraktivsten ssd festplatten bevor einer fragt die firma crucial ist seit 1978 im geschäft ein us amerikanisches unternehmen hat natürlich wie jetzt jedes unternehmen weltweit hier und da paar filialen läuft eigentlich unter der firma micron aber seit 1996 verwendet man den name crucial wie immer das jetzt ausspricht das überlasse ich euch für den festplattenwechsel benötigen wir natürlich wieder einen schraubendreher und einen usb stick mit der firmware drauf die playstation 4 pro hat ihren festplatten schacht auf der rückseite mit einem einfachen finger druck können wir hier die plastik kappe entfernen und sehen schon die altbekannte playstation 4 schraube die lösen wir natürlich mit etwas fingerspitzengefühl auf jeden fall und etwas druck können wir die festplatte heraus ziehen die vier schrauben lösen von dem halter und die neue festplatte einsetzen bitte darauf achten dass sie optisch von der anschlüsse reinpasst man baut sie nämlich auch sehr sehr schnell falsch wieder ein ist in dem halter drinnen einfach wieder hinten reinstecken plastik kappe drauf und gut ist und dann beginnt das prozedere der software aufspielung kurzer hinweis bitte die software für die reinstallation euch runterladen wir haben den link rein und nicht für das update